Hier haben wir die wunderschöne Bermuda Shorts von Madeleine. Ich liebe die Farbe und den schönen seitigen Glanz. Dadurch wirkt sie sehr hochwertig und kann auch schön durch die gute Länge und die Weite auch ins Büro mit einem Blazer kombiniert werden. Wer es lieber als Freizeithose trägt, einfach mit Sneakern und weißem T-Shirt oder auch zum Ausgehen mit der schicken Bluse und High Heels. Durch die Buntfalten hier wird die Hose gleich noch mal ein bisschen schicker. Sehr schön finde ich auch den integrierten Gürtel mit der breiten Schnalle. Ein Allrounder, das hat für uns auf jeden Fall das Perfect Peace.